Willkommen zum DropFilm Talk, unser heutigen Review von The Platform. The Platform ist ein Horror-Thriller-Sci-Fi-Film, der auf Netflix ausgekommen ist und einer der besten Filme des Jahres ist. Die Story geht, wie der Name schon verleuten lässt, um eine Plattform, die durch ein Gebäude fährt, was wir erst im Laufe des Films so ein bisschen erkennen, was das für ein Gebäude ist. Und in diesem Gebäude befinden sich dann natürlich verschiedene Level. Und diese Plattform fährt dann halt von oben nach unten runter und auf dieser Plattform ist eine ganze, ganze Menge zu essen. Und die Leute, die leben auf diesen verschiedenen Plattformen, es ist eher so eine Art Gefängnis, könnte man sagen, und die Leute, die dort leben, die können nur zu einem bestimmten Zeitpunkt immer was essen, wenn diese Plattform dort ankommt bei ihnen. Und das ist halt das ganze Konzept, was dahinter steckt. Und das wird in einer Tiefe ausgebaut, weil die Leute, die auf diesen Plattformen leben, die sind dort nur für 30 Tage. Und dann können sie sich auf einer ganz anderen Plattform befinden, beziehungsweise auch mit einer anderen Person auf dieser Plattform. Weil sie sind immer, wie gesagt, immer zu zweit sind sie da. Und das ist schon ein interessantes Konzept, was dahinter steht. Und da passiert eigentlich eine ganze Menge und auch vor allen Dingen, was das bedeutet für unsere Gesellschaft, was dort abgebildet wird. Sehr, sehr großes Kino. Ich gehe als erstes mal auf das Production Design ein, denn das findet hier eine ganz große Bedeutung. Das ist auch wunderschön dargestellt, indem wir sehr viele, sag ich mal, wer heißt es hier, also die Texturen des Gebäudes stehen da sehr im Mittelpunkt. Also dieser Beton, den man da sieht und natürlich auch die Plattform in dem Falle. Und die sind wirklich sehr, sehr schön gemacht, dass es halt genau in dieses Konzept reinpasst. Und es wirkt halt sehr grau und sehr trist. Und es spiegelt halt eine Art Gefängnis wieder. Und das ist halt schon ein ganz interessantes Konzept. Und wenn wir da nämlich mal gucken, obwohl es ja eine Art Gefängnis ist, dass sich trotzdem Leute wie Goreng, der der Hauptdarsteller ist, also der Charakter, der hat sich nämlich da ins Gefängnis stecken lassen, weil er sich quasi einen Bachelor-Degree oder irgend so was einer Art holen möchte, also einen Abschluss haben möchte. Und das ist halt das Konzept dahinter. Und das macht dieser Film wirklich sehr gut, dass er das genau so einfängt und auch genau so schön darstellt, dass man trotzdem dadurch ganz viel durchgehen muss und in diesem Experiment teilnehmen muss, um seinen Abschluss zu bekommen. Sehr, sehr schön gemacht. Die, auch wie gesagt, dieses Gebäude aufgebaut ist und alles, was dazu gehört, das schafft eine gewisse, beziehungsweise was die Filmemacher damit gemacht haben, ist eine gewisse Textur oder beziehungsweise Strukturierung zu schaffen dieses Gebäudes. Und das wird super, sehr schön, super gut in diesem Film visualisiert. Und das spielt auch eine ganz wichtige Rolle, was das bedeutet, also eine Art Pyramidenstruktur, die dadurch entsteht, beziehungsweise auch eher, das Gebäude an sich ist ja keine Pyramide, aber das Konzept, was dahinter steht. Und auch, man könnte so ein bisschen sagen, Himmel und Hölle, auch sehr gute Anhaltspunkte für diesen Film, um ihn da genauer zu analysieren und darüber nachzudenken. Weiter wundervolle Sache ist der Score des Films. Der Score des Films ist von Aranzazu Calleja und der spielt super schön mit diesen Soundeffekten, die dann immer kommen, wenn die Plattform da ist und aber auch mit dem wiederkehrenden musikalischen Thema, was sehr, sehr gut gelungen ist. Und es ist schon sehr interessant, wie dieser Score eingesetzt wird und beziehungsweise auch, wie markant es ist. Man hört es sofort, man weiß es. Es ist halt jedes Mal, wenn ich diesen Sound jetzt höre, denke ich so, oh shit. Das ist der Film. Und ich bin immer daran erinnert und es ist echt super gut gelungen. Was weiterhin gut gelungen ist, sind die Performances im Film. Wie Herr Goreng habe ich ja schon erwähnt, der macht eine sehr schöne Transformation durch, weil er gute und schlechte Einflüsse hat, die auf ihn einwirken und dabei verwandelt er sich in einer sehr interessanten Art und Weise. Und er hat natürlich auch noch am Anfang oder beziehungsweise auch in der Zwischenzeit noch Hoffnung in die Menschheit und sein Willen ist unter diesem großen Druck, wird er getestet, was er für ein Mensch ist. Und das ist echt genial gemacht. Aber auch die Nebendarsteller sind wirklich sehr gut, wie zum Beispiel Trimagasi, der so ein bisschen schon fast so eine Art Teufel auf der Schulter ist. Und es gibt auch eine spätere Szene, wo, was heißt Spoiler, ins Spoiler-Territorium geht hier, deswegen aufpassen, ja. Weil Trimagasi stirbt, ja. Und dann auch gibt es noch so eine, ich weiß gerade ihren Namen leider nicht mehr, aber so eine Dame, die ist erst in der Administration und lässt sich dann aber auch, sag ich mal, einliefern, habe ich vorhin gesagt, aber sozusagen stellt sich dem Ganzen und versucht eine gewisse Art und Weise, dieses Konzept umzusetzen, das für jeden alles da ist. Weil, wie gesagt, es geht ja um dieses Essen, was an dieser Plattform runterkommt und natürlich, die am Anfang stopfen sich natürlich den Mund voll und die am Ende kriegen natürlich nichts, so ganz grob gesagt. Und das versucht sie natürlich mit gerechtem Ausgleich zu verbessern. Und das ist auch so eine Art die gute Person. Und dann haben diese beiden Personen, die dann so hinter ihm sind und ihm sozusagen ins Gewissen reden, beziehungsweise seine Entscheidungen mit beeinflussen. Und das ist wirklich gut gelungen, wie das umgesetzt wurde. Weiterhin ist natürlich noch ganz von besonderer Bedeutung die High-Concept-Idee, wie diese umgesetzt wurde. Weil es geht ja natürlich in dieser Struktur von oben nach unten halt um gesellschaftliche Implikationen. Weil wenn wir das zum Beispiel mit der Corona-Situation vor allem am Anfang vergleichen, dass natürlich, wenn die Ersten sich alles reinstopfen, so viel sie können, in der Zeit, in der die Plattform da ist, bleibt natürlich weniger übrig, als wenn das natürlich ausgeglichen vorgeht. Und das ist genau das Gleiche, was zum Beispiel mit dem Klopapier passiert ist halt. Am Anfang haben alle ganz schnell, schnell, schnell alles gekauft und dann blieb natürlich nichts mehr übrig für die anderen Menschen. Und das ist halt schon so eine Frage. Aber das ist natürlich auf einem kleineren Level. Weil auf einem größeren Level ist es natürlich, sag ich mal, das Geld, was da eine Rolle spielt. Und das Geld, ich meine, die Reichen werden immer reicher. Das ist ja, diese Arm-Reich-Schere geht immer weiter auseinander. Es gibt keine richtige Mittelschicht mehr, vor allem auch, sag ich mal, in bestimmten Ländern. Und das ist ein wirklich interessanter Blickwinkel auf das Konzept, was dahinter steht. Das ist halt, wenn es mal einen Ausgleich geben würde, dann würde alles einfacher sein für die Menschen insgesamt oder für die Menschheit allgemein. Und dann würde auch da besser mit umgehen können. Aber das ist natürlich irgendwo in gewisser Weise ein utopisches Konzept. Und die Menschheit wird schon sehr realistisch dargestellt in diesem Film. Und das ist wirklich cool gemacht. Und was noch eine besondere Rolle ist an dieser Umsetzung dieser ganzen Sache, ist halt dieser Mitbach-Faktor. Weil man wird direkt wirklich gut reingesogen, was Goreng machen muss und was er sich gegenüber sieht. Und da hat man natürlich schon von Anfang an die Frage, wie würde ich reagieren, wenn ich jetzt oben bin, beziehungsweise auch die Aufregung, die ist, wenn jetzt wieder die 30 Tage um sind, wo lande ich? Und vor allem, wie gehe ich halt damit um? Jetzt muss ich mich vollfressen, weil ich habe die, oder beziehungsweise was nehme, damit ich die nächsten Tage irgendwie, oder beziehungsweise beim nächsten Mal vielleicht scheiße dran bin und sowieso gar nichts essen kann, dass ich zumindest ein paar Reserven habe oder teile ich alles wirklich auf? Und das ist wirklich eine interessante Frage. Und ich denke auch für die Leute, die diesen Film gucken, die werden sich dieser Frage stellen müssen. Und das ist sehr immersiv und das macht wirklich viel Spaß, sich damit auch im Nachhinein auseinanderzusetzen. Was man aber sagen muss, was vielleicht einige abschrecken würde, ist dieser Horror-Aspekt, weil es natürlich Body-Horror gibt und einige Sachen, die halt wirklich nicht unbedingt sein müssen. Und wenn die vielleicht raus wären, wäre das, glaube ich, sogar noch ein breiterer Film für die Gesellschaft, beziehungsweise so wird er ein paar verlieren. Aber ich hoffe natürlich, dass auch Menschen, die vielleicht nicht unbedingt Horror-Fans sind, diesen Film gucken, weil, wie gesagt, es ist nicht Horror-Spooky-Spooky-Erschrecken, es ist eher Body-Horror, also ja, ein paar brutale Szenen sind drin und das ist auch der einzige Mängelpunkt, was ich dem Film vielleicht geben würde. Also ich gucke sowas, gerne, das ist jetzt übertrieben, aber ich gucke sowas und ich muss halt sagen, dass es da schon besser wäre, wenn da ein bisschen Abstrich gemacht werden würde. Und das hätte, glaube ich, noch mehr Zuschauer an diese tolle Idee gezogen. Aber insgesamt kann man echt wirklich sagen, die Geschwindigkeit des Films, das Pacing, die Intensität, wie das Ganze rübergebracht wird und allgemein auch die Plattform selbst, was das repräsentiert und was dahinter steht, genauso wie der Soundtrack, sind alle sehr außergewöhnlich und es ist einer der besten Filme 2020, die man gucken kann, meiner Meinung nach und der wird auf jeden Fall auch in meiner Top-20-Liste für dieses Jahr landen. Ich meine, es ist auch nicht so schwer bei so vielen Filmen, die rausgekommen sind. Aber naja, wir werden bestimmt noch ein paar haben und ich hoffe, ihr guckt euch den Film vielleicht trotzdem mal an. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Macht's gut!